My father founded Bauman in 1998. We offer several services to our customers like Automatization, Engineering, Additive Manufacturing and Consultancy. Wir haben uns dazu entschieden in die additive Fertigung zu investieren, da wir die Entwicklungszeiten verkürzen wollen und mit der Jet Fusion Technologie haben wir die Möglichkeit sehr präzise und kleine Bauteile in sehr kurzer Zeit herzustellen. Mit der Multi-Jet Fusion Technologie haben wir den Zeitpunkt bis 8 bis 12 Wochen reduziert, reduziert den Kosten der Optimization-Streppen und erhöht die Stabilität und Stabilität der Parten. Wir haben bei Bauman angefangen, die Farbe zu benutzen, um das Wissen von dem Designer zu dem Assembler zu transferieren. Durch die farbliche Kennzeichnung wird die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers in der Montage minimiert. Wir können gewisse Flächen kennzeichnen, damit der Werker weiß, wo er ein Gewinde einbringen muss zum Beispiel. Ein weiteres Merkmal ist im Bereich des Prototypenbaus, wo wir verschiedene Verschleißflächen farblich hervorheben können, damit unser Kunde oder in der Prototypphase, damit wir Verschleißerscheinungen nachbilden. Das macht es einfacher für die Arbeit, wenn die Parten geändert werden müssen. Mit dieser Color-Printing-Technologie können wir die QR-Code direkt auf die Plastik-Streppen verwendet werden. Mit dem QR-Code können Sie sehr leicht sehen, welches Material die Parten verwendet wurde, wann es wurde produziert und wo es wurde produziert. Der QR-Code reduziert die Kosten und Zeit für uns, und es bringt neue Traceability zum Markt, wie es nie vorher gab. HP-Support ist großartig. Wenn wir Hilfe brauchen, sie sofort und professionell reagieren, um sicherzustellen, dass wir in keinem Zeitpunkt zurückkommen sind. Durch die HP-RAMP-Finanzierung konnten wir uns an die neue Produktionsmethode der HP-MJF-Technik gewöhnen. Des Weiteren konnten wir in der Zeit neue Kunden gewinnen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass unsere Mitarbeiter sich mit dieser Technologie vertraut machen können. Viele unserer Kunden sind sehr optimistisch für diese Color-Kapabilität. Das war nur möglich dank der Jet Fusion 580 3D-Printing-Technologie.